Wenn Sie Ihren histologischen Befund der Biopsie oder des Operationspräparates anschauen, dann finden Sie folgende Befunde bei triple-negativen Mammakarzinom, Östrogen negativ, Progesteron negativ oder Östrogen und Progesteron 0% und Herzenau ebenfalls negativ. Bei manchen Krankheitsverläufen werden Spezialmarker bestimmt. Diese Marker bestimmt der Pathologe, über deren Höhe, Präsenz und Wirksamkeit bzw. die Wirksamkeit verschiedener Therapien wie monoklonare Antikörpertherapien oder Immuntherapien sind davon abhängig, wie viel von diesem Marker exprimiert, also ausgeschüttet wird. Im Detail müssen Sie darüber mit Ihrem Arzt Rücksprache halten.